Hallo nochmal und willkommen zurück. Beim letzten Mal haben wir das Event gespielt, ein Sommeraufenthalt auf dem Meer. Tatsächlich habe ich seit dem letzten Mal noch nicht gespielt, aber wir haben ja noch 25 Tage Zeit. Und heute nehmen wir uns mal den Part 3 vor. Ich würde nicht alle Sachen aufnehmen, aber es geht jetzt um Mona, soweit ich das sehen kann. Genau, und das letzte Mal waren wir auf der Puddinginsel die ganze Zeit. Aber wir kehren jetzt zurück zum Basecamp und schauen uns, was passiert. Wir schauen mal an, was passiert. Sie hatte auf Englisch gesagt, die Sonne steht so hoch, dass es dir direkt in den Augen scheint, aber warum ist die deutsche Übersetzung so radikal? Paimon ist so süß. Ich schlaf doch auf dem Rücken, Paimon. Doch, ganz gut. Sounds like the same story for everyone. I got up first today, so I took a walk around and picked some fruits for our breakfast. And Paimon's been waiting for you to get up so she can finally dig in! Huh? Fischl left? First thing in the morning? Yeah, she seemed unwilling to stay with us. She said she had some other work to do for the Adventurer's Guild. A likely story? What happened to coming here to restore the glory of the Immernachtreich? Now she... Judging by that look on her face, there was probably something on her mind. We tried sending Mona to comfort her like before, but she said Mona doesn't understand the work of the Adventurer's Guild and can't go with her. She didn't even make up some excuse about the Immernachtreich to get... Then she must be feeling quite troubled. I'd love to help her as a friend, but she was right about one thing. We're going to explore another island today. Yep. Votes are in. It's unanimous. Oh, yeah, about that. Paimon went ahead and voted for you. She said since you're always together, her opinion counts as yours and vice versa. Well, you're an adventurer, after all. Paimon knew you'd want to go exploring. Fischl said there's something she wants to investigate and suggested that we all go ahead in the meantime. She told me not to worry. She'll catch up with us when she's done. Despite her... quirks, she's still an experienced adventurer. I think we should trust her. I haven't known her for long, so this is just an observation, but it seems like she's struggling with some internal conflict. Hmm. That seems about right. In conflict with others, you either resolve it or let it be. But when the conflict is within yourself, it's much harder to do either. I've also had a time like that in my life, so I understand what she's going through. It may be best to give her some space. I agree. Still, it's a pity for today's adventure. Adventuring is always more fun when everyone's together. Xinyan always has great team spirit. Oh, one other thing. This morning, we saw a mirage on the island in the north. We can go take a look once you're done with your breakfast, traveler. Geh zur Insel im Norden, da sind wir, und wir kommen genau zu dem Ort, wo ich mich gefragt habe, was es wohl damit auf sich hatte. Es ist die Sonne noch nicht aufge... Es ist einfach neblig. Es ist einfach neblig. Winter. An instrument made of a plant? Hmm. Xinyan, do you think this could be your island? Oh, you mean this instrument could have been put here just for me? Okay, let me give it a try. Hold on. When I touched the rock garden in the bonsai yesterday, we were all transported to another space. Xinyan, do you want to take some time first to get ready? Well, you're right, but it's all good. I'm always ready to make some music. Paimon just got a mouth full of dirt! Paimon, are you okay? Just as we thought. We've been sent to another place. Why does this place feel so bleak? Xinyan, are you sure this is your mirage? I think so, yeah, but you're right. Why is it so bleak here? Look, there's something really bright over there. It's almost like it's inviting us to go check it out. Okay. Let's go have a look. Wait, wait, wait! This is too obvious! Surely it's gotta be a trap! That well may be, but there's also nowhere else for us to go. If this mirage belongs to Xinyan, I don't think we'll find any traps here. Now you're talking, you know that wouldn't be my style. Hmm. That makes sense. Ah, alright, let's go then. But let's also make sure to be careful. Hm, Dornenlandschaft. Stachelig. Passt zu Xinyan eigentlich. Okay, dann wollen wir mal schauen, wie wir da rüberkommen. An Bewegungsrätsel. So, drehe ich das Ding. Ganz normal. Wird da hingeschossen. Und wieder. Ah, hier kann ich die Richtung anfassen. So wie im anderen Rätsel auch, das ist nicht so kompliziert. Oh, auf Wiedersehen Zhongli. Wuh! Als keine Musik hier ist, ist ein bisschen interessant. Ganz ungewöhnlich für Genshin. Genshin. Da ist eine Kiste. Na gut. Mit die Truhe. Jetzt ordnen wir sie wieder ordentlich an. What is going on? Ich hab's nicht gelesen, würde ich noch bereuen. Genau, ich will das haben. Also, ich kann das nicht aktivieren. Oh, wow. Das mit den Soundeffekten gefällt mir. Worum geht's da? Ach, wir müssen die Musik zu Ende spielen. Also müssen wir jede Note spielen. Ah, und wir dürfen keine auslassen. Haben wir zwei Instrumente benutzt. Die müssen sich noch anordnen. Drei verschiedene Oktaven. Interessant, das gefällt mir. Das sind wie diese großen Installationen im Shopping Center oder so. Das war. Das ist wirklich sehr beteiligt für Musik. Wow, also haben wir die Schlüssel aus der Plant. Oh, die Puzzle in Shin-Yan-Mirage sind viel einfacher als Kazwa. Well, seine Lebenserfahrung sind viel größer als meine. Haha, du schlägst mich. Wie komm ich zurück? Bingo. Wow. Interesting. Wie schön die Ladescreens sind. In anderen... Die meisten sehen die nicht mal und trotzdem haben die Ladescreens so hübsch gemacht. Hier ist wie ein Tunnel. Folge dem Weg. Ich bin abgewichen. Sorry. Ist das eine Knospe? Ah, hier geht's hoch. Zur nächsten Tür, aber da hinzukommen, müssen wir noch was erledigen. Die haben die Flammenblume gewählt als Symbol für Xen-Yan. Oh nein, nicht runterfallen. Sieht aus wie ein Gegner. Hm, das Boot auch. Ich weiß, aber... Das ist anders. Hi. Wir touchen die drum-like planten auf der Straße auf der Straße und sind wir hier transportiert. Bist du dieser Ort? Das ist die Halle Musik. Und ich bin nur die Gagekeeper. Sag mir, meine Freunde. Bist du hier für die ultimale Expression der Musik? Oh, das stimmt. Das stimmt. Dann sag mir. Was wünschst du mit der Musik? Was wünschst du mit der Musik? Ha ha ha! Der Geist der Resistenz! Genau. Great Antwort. Ich bin so glücklich zu hören. Ich finde mich sehr glücklich zu treffen, einen Musiker mit den gleichen Idealen. Hier und gianten Blumen sind gut mit Xen-Yan. Die Leute, die einfach mit der Musiker sind, machen Freunde woher sie gehen. Wenn du so weit bist, musst du in die Musiker hineinschauen. Aber ich muss mich entschuldigen. Meine Musiker ist notwendig für die Entfernung, aber, unfortunately, meine Pfeifen sind ein bisschen schäu. Bist du okay? Du brauchst, äh, etwas kaltes Medizin, oder? Es ist nur, dass ich keine Glacier-Spring-Water in einem sehr lange Zeit habe. Wenn ich ein bisschen trinken würde, meine Musiker wäre rockiert und loadiert und bereit für deinen Weg. Glacier-Spring-Water? Ja! Mit einer Sip von dem, jeder kann die schönsten Musiker singen, egal ob sie ein Weary-Adult, ein Sleepy-Bird, oder sogar ein Ignorant Kind. Oh. Okay. Ich finde einen für dich. Wo ist diese Spring? Oh, danke! Du bist die beste! Ich finde die Spring-Water, die sich zu spätigen, um die Mäuern zu spätigen. Also, ich denke, die Spring kann man irgendwo auf der Mäuern zu finden, auf der Mäuern zu schützen. Du meinst, wir müssen zu gehen? Oh, Piment thought etwas der Meer-Water wäre genug. Die Spring-Water und Meer-Water könnten nicht mehr anders sein. Oh, aber du musst deine Macht in der Zeit, um die Spring zu sehen. Gib mir deine Hand, Freunde, damit du kannst durch meine Augen sehen. Ja, Sir! Yes, Sir! Sehr konkrete... Jetzt füllt sich auch diese Insel. Ah, Jungs! Hey, Jungs! Jetzt fass mich genau. Insel. Hey, Jungs! Ich will mal heute ein bisschen Zara spielen. I hope you don't mind. I hope you don't mind. An eine anscheinend wasserdichte Notiz. Okay. An eine anscheinend wasserdichte Notiz. Bei Flut spielen die Hügel gemeinsam und geben einen Klang von sich, der zuvor genau festgelegt wurde. Das ist etwas Neues, dass ein Berg oder sogar eine ganze Insel in ein riesiges Instrument verwandelt wird. Die Erschaffer verfügen nicht nur über großen Einfallsreichtum, sondern auch über erstaunliche Geschicklichkeit. Ich habe viel Zeit in diesem Gebiet verbracht, die Topografie und die Gestaltung der Berge genau betrachtet und aufgezeichnet. Und ich habe der Musik gelauscht, die die Berge zu verschiedenen Zeiten spielen. Ich bin sehr erstaunt über den großen Einfallsreichtum der Macher. Diese perfekte Verbindung von Natur und Kunst ist faszinierend. Gute Gestaltung sollte nicht in Vergessenheit geraten, daher hinterlasse ich hier eine Notiz für alle, die noch vorbeikommen. Du ruhe dich oben auf dem Hügel aus und warte darauf, dass die Flut für dich spielt. Es ist keine leichte Aufgabe, die Natur dazu zu bringen, sich sanftmütig, Wind und Wellen hinzugeben und leise auf einen zu singen. Es ist eine epochale Schöpfung. Mögest du diese Erkenntnis auch genießen. Übrigens sind diese Notizen durch Alchemie entstanden. Sie sind wasser- und feuerfest, macht dir keine Gedanken über die Echtheit der Notizen. Genieße einfach die Musik und die Aussicht, Albedo. Oh. Hätte ich gewusst, dass er das geschrieben hätte? Hat, dann hätte ich das anders ausgesprochen. Oh. So that's how it is. Look at this style and signature. It's from Albedo. He's one of our friends from Mondstadt. He's an amazing alchemist who's visited this island before. He left this note here for future adventurers. Oh. So it's him. He's saying this whole island has been turned into an instrument? Amazing. And the underground water veins play an important part, too. Oh! Maybe we need to clear all the water veins to play this island. Ah. Clean your instrument before the performance. Makes a lot of sense. Macht das Sinn? Ich denke nicht. Time to go. Wollte ich das Instrument spielen? Vielleicht erst, wenn ich das hier gemacht habe. Na, das ist relaxing. Nein! Ich denke, das ist gut. Ich denke, das ist wichtig. Jetzt bin ich da. Ich denke, das ist gut. Es war noch ein bisschen, okay? So muss ich hier das nur drehen. So muss ich hier sein. 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 was nicht hier sein. So müssen sie auf meiner Seite ungeheblichen Lesben bauernieren. So muss ich hier heben. So muss ich hier sein. So muss ich hier sein. Soar Derek sieh'nですね. So werden sieh'n den Waffen. So gaat es auch hier sein. So kann ich hier sein. So möchte ich sein. Sonder zun-d ... Es ist eine elegante und genügend kraftvolle. Kommt einfach an Annie's house, wenn du frei bist. Stopp mit dem Racket von der Straße. Wenn du zu spielen, spielst du etwas klasse. Warum sind sie so dumm? Oh, diese Leute. Das ist es! Warum bist du nicht zurückgezwungen? Was ist dein Rock'n Roll spirit? Und jetzt bist du lachst? Aren't you mad? Sometimes it's hard to get mad when you hear the same thing a hundred times. Still, thanks Paimon. Uh, what? Auntie Jishang, how are you doing? Oh, dear child, I've been waiting to hear from you for a long time. This weekend I'll be free. Auntie, stop thinking about me for a hot sec. Your stove is still on and you're cooking soup, right? Oh, you see, it's all burnt. Oh, how did this happen? Oh, my. Uncle Jew, little Jew is playing in the mud by the river again. Didn't you tell him not to do that? What? That rascal is up to his old shenanigans behind my back again, is he? Oh, well, we'll see about that. Oh, sorry Uncle High, I'll move my stage someplace else. But your musical taste needs to evolve if you want to keep up with the times. Maybe you didn't know, but even the most famous opera singer, Leoid, likes listening to my boorish music. What did you say? Is that true? You're not making this up, are you? I'll have to look into this. They're all gone. See? Knowing the right words to say and when to smile can solve almost any problem. If that's the case, then what's your rock and roll spirit for? My rock and roll spirit isn't something I just use to win an argument. That'd be a real waste. Rock and roll is a revolution. Transforming your identity and destiny, saying goodbye to concessions and cowardice, it does them all. And my rock and roll has an unbreakable spirit, like a flame in a rainstorm that refuses to go out, or the magma that never stops boiling under the surface of the land. Okay, let's go. Let's go that way. There's a side path right there. What a great mindset you have. If anyone ever called me anything less than a genius, I'd be furious. Really? I'm not as tempted to give it a shot. One is glaring at me. Paimon, there's a difference between embracing the spirit of rock and roll and playing with fire. To tell you the truth, I'm also starting to develop an interest in rock and roll. Seriously? This better not be a joke. No, I'm serious. Rock and roll's ability to cultivate such a strong will in people is an incredible thing. Oh, I wanted to warn. Sorry. Hey, is that another door? More delightful individuals. Let me handle it. Piece of cake. Miss, your hairstyle is really strange. Is that so? Oh, I think it looks really cool. Take a closer look if you don't believe me. Your hair sticks out from your head and you wear spiky things in it. Nobody else has hair like that. You're looking at it the wrong way. If I don't look like anybody else, once you've seen me, you won't be able to forget me, even if you try. You'll still recognize me if you ever see me again in the future. Hmm, yeah, you're right. Your clothes, hair, even the way you walk and talk. It's not just for the eyes of others. It's your style. So you should go with whatever you like. Really? But if I wore a jacket with a picture of a puppy on it, people would say, Hey, little Faye likes stupid little puppies. Then you should ignore them. So, you like puppies, huh? I do. What about your friends? Well, yeah. Well, then your friends are gonna love that jacket. Okay. Uh, miss, how come you don't do your hair in a nice braid? People would love that. Oh, I can't help myself. I just like the styles with personality. Plus, I had no idea how so many people would dislike it before I started wearing my hair like this. So, why don't you change it now? Well, this hairstyle suits my music and my lifestyle. The regular ones are boring. They're so uninspired. Plus, they get in the way when I'm head-bobbing away on stage. If people don't like it, that's up to them. I ain't gonna change it. What about your friends? Do they not like it too? Of course they like it. They all say that they think it looks amazing. Your friends are nice to you. That's cool. Not like my friends. They left me here on my own. Oh, hey now. Why are you crying? What's wrong? Little Lulu and little Mung, they're ignoring me. We were gonna meet at the talks today, but they still haven't shown up. These kids are way too young to be standing each other up like this. Oh, stay right here. I'll go take a look around. I'll bring them to you once I find them. Oh, okay. Thanks, miss. I'll never say anything bad about your hair again. See? Now you're talking sans. I'll see you later. Excuse me. Hey, are you Little Lung? Little Faye is waiting for you at the docks. He's been waiting so long now that he's in tears about it. Oh, why is he so dumb? He could have just come here and found us. Oh, never mind. I'll go find him and... He ran off. We should catch up to him. Excuse me, are you Little Lulu? Are you looking for me, miss? Didn't you promise to meet Little Faye at the docks? Why aren't you going to meet up with him? He's crying because he thinks you've abandoned him. Huh? Oh, that silly dum-dum. Why didn't he just come to look for us? We prepared a surprise gift for him. A surprise gift? How strange. You dum-dum, we were preparing a surprise gift for you. We didn't think that you wouldn't come to try and find us. I'm sorry for being such an idiot. No, I'm sorry. You're not an idiot. I guess we shouldn't have been so secretive about it. We didn't come to the docks to meet you because we wanted to give you a big surprise for your birthday. We brought you loads of yummy lotus heads. We should have rotten upset too. Is that a hint for us to prepare a surprise for you too? Especially, I'm sure you don't have any extra surprise for you too. Very clever. No! Huh? I was just speaking my mind. Haha, I know. I was just joking. Seeing if I could give you a fright. A heart. Everyone? clue. Paimon's hungry. It's almost lunchtime. Wenn man noch möchte zum Frühstück ist. Also bis jetzt finde ich das mit den Kindern, weiß ich nicht, aber ähm... Interessant. Die Umgebung sieht interessant aus. Oh nein, ich häng fest. Oh nein, ich werd runterfallen. Ich war nicht schon oben. Und ich kann auch nicht hochklettern. Werde ich jetzt ertrinken müssen. Spiel, lass mich hoch. Alles very geisterhaft. Ich fahr sowas, ähm... Okay. Flugkünste reichen, nicht mehr dafür. Das sieht süß aus. Ich dachte, dass wir keine Fotos machen können. Jetzt sieht Paul Lipsch aus. Hallo. Don't mind if I do. Oh, die Lichts sind nicht auf. Und da ist niemand... Whoa! Dun-da-dun! Happy Birthday! What are you two doing? Why are you sitting in the dark inside my house? Yun-jin, you were totally right. She does get spooked. It's your birthday. So we planned a surprise party for you. Haha, you girls really shouldn't pull these pranks while pretending to be all sweet and innocent. Huh? Come on now, what's wrong with that? Who says that being cute and innocent means you can't pull pranks? Back me up, Xiangling. Totally, Yun-jin. Kolba pulls pranks on me all the time, too. Alright, alright, you win. Beidou needs to do something today. So she has asked me to deliver her gift to you. So, here they are. A custom-made dagger and a score of a composition from abroad. As for my offerings, I have these gold hairpins and iron hair ties, custom made for you by my family. Ich finde, Xiangling hat so ein gutes Design. Unglaublich. Iron hair ties? You're telling me, that your family used their 1000 years worth of experience to make hair ties? What's the problem? Hair ties may look simple and unassuming, but they actually require a lot of intricate craftsmanship to make. My gift is one of a kind. A little while ago, I came across a bespectacled blacksmith on the street. The way he worked and talked, it felt almost like he could see right through stones. I was skeptical, so I asked him to help me make a bet. And when the merchant cracked the stone open, there was indeed a piece of raw jade inside. I took the jade on the spot and ground it into a pendant, which I then strung on a cord. You can use it as an accessory. Wow. You made a jade pendant for me? Yeah. Oh, don't wear it around your neck. Put it on your guitar. Every day I see how much you pamper that guitar. So I thought you should jazz it up a bit. I don't know if I can bring myself to hang this thing anywhere except in a display case on an altar. Thank you, Xiangling. You're so thoughtful. Xiangling has always been thoughtful. But the blacksmith you mentioned, who could see through stones, can you tell me more about him? If the story's interesting enough, I might have to put it into my play. I'm not exactly sure, but I hear that he was sick for a while and was so disoriented during that time that he couldn't remember anything and felt as if his body didn't belong to him. Ah, it's H. What's with us? It looks so sweet. Wait, Xinyan. Didn't you pick up a trick from an Outlander merchant? The one you taught me on my last birthday? Huh? Oh, you mean making a birthday wish? Yes, that's the one. They also light candles and cut cakes in other regions. But we didn't have time for that, because we were too busy bringing the food over. It's fine. I can just use my imagination. Okay, let's count to three and you can make a wish. One, two, three! Hmm... What should I wish for this year? My wish is... Oh, I'm back! What happened? Paima was just peering through the crack in the door. Given that we are in a mirage, Xinyan, did anything significant happen inside the house? Paima knows! Paima knows! She ran into some of her friends who were throwing her a birthday party! Yes, I heard all that. I mean, something she did herself. Oh! I made a wish! It's pretty interesting now that I think about it. When I entered the room, I found Xiangling and Yun Jin, two of my best friends. That actually happened in real life. They paid me a surprise visit on my birthday, set a table with delicious food, and persuaded me to make a birthday wish. Xinyan, what was your wish? My wish was to perform with someone completely unexpected. Hmm, I wonder who this unexpected person might be. I've just figured it out. Oh, you already know the answer? Mhm. However, before I tell you the answer, I'd like to clear the water veins that flow through the mountains. Meint Simona? Yeh? So, we'll continue on with the Flammende Pfade. Sind also überall Musikrätsel verteilt Auf Kasuvas Insel waren auch sehr interessante Sachen Ich glaube, da war leider noch nicht so viel Zeit, alle zu erkunden Bin ich irgendwie höher? Ich habe zum Glück hier den Teleporter Wenn ich nicht weiß, ob er mich weiterbringt Was ist das für sich? Das war's. Der Wind kennt mich. 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 Ah, ich muss die Challenge gleichzeitig machen. Gefrorenes Herz. Woohoo! Oh, okay. Who are you? And what brings you to me? Nice to meet you. We were wondering if you could use your power to dredge the mountains on the island? Mountains? Oh, I see. 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 This ought to do the trick. Whoa. There's a sound coming from the island. Whoa. Let's take a picture. Ja, ich kann es fühlen. Der Sonne ist brillant. Der Meer schlägt wie ein Gemsturm. Die Wälder schlägt die schwarze Wäste. Die Seabirds landen auf die Röcke. Sie schlägt und schlägt rhythmisch. Da-dum, da-dum, da-dum. Es ist Musik! Das ist indeed Musik. In fact, this whole island is a giant musical instrument. Since you are a musician, you should be able to understand the meaning behind its original creation. Making music with the tides, waves, and sea-breeze as your instruments is the most romantic thing in the world! Let's go, everyone! It's time for my performance! Kazuha, can you feel the wind? Which direction is it blowing in? It's coming from that direction. I'll take you to a hill where the wind blows. Ah! Finally! The time has come! Everyone? I once made a wish to perform with someone no one could have expected. No one knows the name or appearance of the man who transformed this island into a giant musical instrument so many years ago. But he is unquestionably one of TeVAD's greatest musicians. I never imagined I'd be able to see such an instrument. And I never imagined we'd be able to play it during a high tide! No. Music is the gift one gives to their kindred spirits, so... I'll play something that makes for a better duet with the original musician. No rock music for today. Instead, I'm gonna show you something new. finubby music for today... Ich hoffe, dass du hier in der Vergangenheit gefühlt hast, diese Song gefühlt hat. Wie war es? Nicht schlecht, oder? Sehr impressionant. Ich habe nie gehört, ein Duett wie das. Es war sehr interessant. Und so Elegant, auch. Paimon ist nicht sicher, wie gut es zu sagen, aber... Danke. Und jetzt kann ich sagen, dass mein Wunsch ist. Ist es noch etwas anderes? Nein. In fact, ich denke, ich werde eine gute Nachts sleep heute Abend. Das bedeutet, dass jeder frei ist für den Zeitpunkt? Wenn es so ist, habe ich eine Suggestion. Ich würde gerne nach dem Fatui Camp und sehen, was da passiert. Oh, so du hast auch den Fatui Camp gefunden? Wait, du kennst es auch? Natürlich. Ich bin ein Genieus Astrologist. Ich habe gesagt, dass mein Skryglas ist ein bisschen. Ich kann das hier sehen, was hier passiert durch Divination. Ich wusste nicht, dass die Fatui hier sind. Ja. Ich habe auch Fischl darüber informiert, wenn wir heute Parten mit Weiss verabschieden. Wenn sie in sie kommen, dann wird sie hidden und aus der Gefahr. Ich verstehe. Dann vielleicht sollten wir alle sagen, was wir wissen. Nein. Eine wache Maschine- und Delirische Fatui? Sie sagen, diese sind verbunden mit der Mirage? Ich kann nicht sagen, aber ich glaube, sie sind komplett nicht gering. Fair genug. Let's go check out the camp.